Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde, ja, eigentlich wollten wir, also einfach keine Runde Battlefield, wir wollten eigentlich hier jetzt so auf eine Server connecten, aber irgendwie Battlefield hat gespackt und wir wurden auf einen leeren Server geschmissen. In meinem Gegner-Team, Jung James Young alias Eragon-Fan aus den Minecraft-Folgen, ja, ich würde hier mit meiner i690, ich glaube, zwölfmal Visier, Red Dot und Gratis Verschluss ein bisschen rumgammeln und meine anderen Schalldämpfer. 1 gegen 1 gegen den dieben Herren, man sieht, wann ich ihn zuerst mal finde und ich denke nicht, dass das Softcore zwei Schüsse mit der Sniper ist ein bisschen hart, mal sehen, wie es wird. Vor allem, ich spiele hier mit einer Standardwaffe und ja, die hochmodernisiertes Sniper mit allen Aufsätzen. Nicht alle, mir fehlen noch ein paar Visier. Oh mein fucking Gott, ich habe überhaupt keinen Aufsatz. Ich habe das Spiel ohne Pistole, ich muss aber erst mal finden, das ist das Problem. Er hat vielleicht gerade mal Red Dot im Auge gespürt und deswegen rennt er weg. Nee, eigentlich nicht. Hast du mich gesehen oder was? Und da haben wir den ersten Kinn, Jungs. Ja, ich bin noch schön von hinten gemessert. Das Witzige ist, da wir alleine auf dem Saubersinn, habe ich nicht voll gehört, wie du dich genähert hast. Ich habe mich nur so langsam rumgedreht. Ja, ich habe auch langsam gemacht. KV jagt hier den ersten Tod, das muss man dazu sagen. Ich habe mich als erstes selbst getötet mit der Kranau und das war ein Headshot. Ein lupenreiner Headshot, ey. Ein sehr schöner Headshot. Also finde ich ein sehr, sehr schöner. Das Problem ist halt hier zum Glück, ich würde sagen zum Glück ist das Softcore, weil während dieses Hardcore würde ich erst mal nicht mehr nehmen und zweitens würde ich nicht mein Leben regenerieren, was ich sehr praktisch finde. Echt? Das regeneriert sich? Oh. Kopftreffer. Genehm, genehm. Die Rache war dein. Und jetzt passe ich meinen Scharfschützengewehr mal an. Hier so aus dem Ballistisch machen wir mal ein Aziogie-Visier. Hättest du das, was ich machen kann, wie ich deine Waffen auch aufnehmen konnte? Und dann holen wir eine G18 mal mit. Wir spielen mal ein bisschen Nerd. Ach. Und jetzt machen wir das Richtige. So. Squad-Munition, das ist was Wichtiges jetzt. Oh ja, ein sehr schönes Visier für diese Waffe. Warum röstet man eigentlich den Sniper mit Reddod aus? Weil es ein Präziser ist aus der Hüfte. Fuck! Warum hast du mich gesehen? Ähm, weil ich erstens deinen Reddod gespürt habe. Fuck! Mit T kannst du den ausstellen und dann wieder anstellen. Das ist sehr praktisch, wenn du im Nahkampf bist, weil... Ach, schau, das hättest du mir sagen dürfen. Weil diese Thread-Dod bringt eigentlich nur präzisere... Dass du präziser bist aus der Hüfte. Und das war alles. Ja, und ich wusste nicht, dass man das einfach weglassen kann. Boah, und ich liebe das, was ich erzähle. Meine Waffe wechselt so langsam. Tja. Ich will mal voll für eine neue Waffe. Stirb einmal bitte. Ich will eine Waffe. Und du hast eine Spawn-Pray gesetzt. Und du liegst da? Alter, ich hab' ich grad' ne U-Visier, ja? Das ist keine Spawn-Pray, sondern ein einfacher Bewegungsmelder. Alter! Gib mir auch mal ne Chance! Dieses Ding ist ein geiles Stück. Ich hab' es extra mitgenommen, deswegen spiel' ich wieder Schauschlüsse-Bewegungsmelder, ist was sehr praktisches. Ach, das ist schwuler Bewegungsmelder, ich dachte, das wär' ne Spawn-Break. Nein, nicht Spawn-Break, setz' ich jetzt aber. Du kannst dich zerstören, gibt Punkte. Ach, wir haben mal Medikit gefunden von dir. Erstmal im Traum regenerieren. Ja, du fetter Sack. Ich renne doch schon. Scheiße. Ja, spür' ein bisschen. Fataler Fehlschlag. Ich hab' mich fast selbst in die Luft gejagt. So, ja. Jetzt gehen wir erstmal den lieben Herrn suchen. Leider konnte ich ihn nicht messern, weil er sich rumgedreht hatte in den Container. Ich bring dich einfach um irgendwann. Ja. Okay, wobei. Ich hab' ihn auch im Radar gesehen. Er ist wahrscheinlich wieder in den Container gelaufen. Battle in den Containern. Ich finde dieses... Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir es auch hinbekommen, dass noch jemand anderes klei... Scheu? Alter, ich will jetzt endlich... Mann, dass meine Waffe funktioniert. Junge, bleib einfach mal stehen und beweg dich nicht. Ich will dich auch mal treffen. Ich weiß, warum ich... Einfach keine Ballerspiele spiele normalerweise. Ja. Okay. Ich hab' da einfach mal 50 Euro aus Spaß an der Freude ausgegeben, damit King Kong jemanden hat zum Spielen. Ja, man sieht doch hier so schön. Ja, meine KT ist für ein A. Ich glaub' äh... 10... 1 oder so. Nein, nein, 1,7. 10,1 wäre ja gut. Hättest du 10 Kills und 1 Tode. Ja, ich mein's genau umgekehrt. Du weißt ganz genau, dass ich es anders gemeint habe. Ja. Papapa... Papapa... Budi, Budbud, wo bist du? Freude ich mich auch gerade. Judy! Ah! Judy! Hast du mich jetzt auf genug gemessert? Nein, alle guten Dinge sind 3, mein Freund. Weißt du, wie das gemeint ist? Da, ich lauf' jetzt extra durch den Radar. Muss ich da in der Nähe sein. Ist genau gehört. So, jetzt geht meine Waffe voll auf den Sack. Nimm mal die M9. Ich will ne Chance. Gib mir Chance. Das ist ne M4, A3, ACOG Visier. Wahrscheinlich nur ACOG Visier. Nein, Marc, wie geht's rum? Ja, ACOG 4x Zoom. Das ist ne schöne Waffe. Das ist eigentlich ne schöne Waffe. In den richtigen Händen. Das ist ne Standardwaffe. Ja. Eine schöne Waffe in den richtigen Händen. Alter. Junge, wie schaffst du das, mich mit meiner eigenen Waffe zu töten? Tja. Toll. Ne, ne, ne. Indem ich bessere Reaktionen habe, obwohl ich hier eigentlich ununterbrochen labere. Du zockst aber auch schon 42 Stunden in das Game. Ich zock es 2 Stunden. Tja, und das muss man auch wohl anmerken. Wo oben warst du? Ich bin grad aus dem Wasser geklettert, ja. Ah, da weiß ich wirklich. Oder doch nicht. I believe I can fly. To the sky. Warum schmeißt du da noch an Granaten? Keine Ahnung, vielleicht dachte ich treffe ich dich. Das hab ich auch mal gepackt. Ich hab einfach irgendwo eine Granate hingeworfen, hab drei Leute getötet. Ja, das ist so ne Sache, aber du weißt schon, dass ich in den Kanälen rum rushe. Da beziehungsweise ich grad gesehen hab. Und du mich wahrscheinlich nicht, ich hab dich schon wieder gesehen, das schneid ich ja den Weg ab. Ah, doch nicht. Du bist doch schneller geworden. Nein, ich renne einfach nur die ganze Zeit da durch, ich sprinte ja nur. Wie wär's mal, wenn du, wie wär's, wenn du mal nicht so viel sprinten würdest? Weil dann würdest du mich eventuell auch mal hören. Ich höre deinen scheiß Aufklärungsradar. Ach, den geh ich jetzt mal einsammeln. Wobei ich dich schon wieder gesehen hab. Wurde ich mich grad fragen, wo das Ding, ah, da steht es. So. Ey, beweg dich nicht so viel, ich wollte dir einen Headshot geben. Ey, so, deine Waffe, ich wollte deine Waffe aufnehmen. Oh, was ne Scheiß, ich hab keine Munition mehr gleich. Tja, ich krieg immer neue Munition, glaub ich. Willst du jetzt auch noch die Spawnfrag noch zerstören, oder? Junge, Junge, gib mir eine Chance! Ich hab doch nicht mal anvisiert, Junge. Du hast noch nie was anvisiert und hast mich doch getötet, bevor ich überhaupt reagieren konnte. Aber, weißt du was schön ist? Du gibst mir jetzt viel Serienbonis. Ich hab grad einen Reapen erhalten für 500 EP. Also dies wird eine sehr EP-reiche Runde für mich. Und das Gute ist, dieses ist ein Ranked. Also wir spielen hier eigentlich auch Ranked. Das finde ich sehr cool. Ach, hier, endlich, ich kann deine Waffe aufnehmen, ich hab wieder Munition. Was soll ich so gemeint sein? Ach, nee, komm! Was? Toll! Hier eine M9. So, ich hab noch 20 Schuss, also mecker nicht. Ich seh meine Leiche. Hallo Leiche. Ich kann mich weder ducken noch die Waffe wechseln. Das liegt wahrscheinlich an der Einstellung. Wie wär's mal? C-Ducken-SDRG hinlegen, können zwar nicht zu den Standard-Einstellungen aber... Nein, so mach ich das ganz bestimmt nicht, aber ich hätte gern, dass ich mich äh... Taste halten. Nein. Wie setze ich mich hin? Standard-Einstellungen weiß ich nicht. Ich hab's auf C? Nein, dass ich nicht standardmäßig Taste halten muss. Das kannst du umstellen in den Einstellungen. Da ist ein kleines Button und da steht, ähm... Ducken, ein, aus. Ja. Cool, wo du das gelesen hast. Also Optionen, Gameplay... Ähm, Moment, wo war's? Ich weiß nicht mehr. Die Passenbelegungen... Ach nee, das ist, ähm... Ich glaube, das war... ...generell... Ne, guck mal, wo du dich zählst. Ducken, ein, aus. Das ist unter Ducken, halten. Ducken, Bauchlager, halten. Ducken, ein, aus, ja. Und das kannst du benutzen. Und der Knopf, den du da benutzt. Ja, was hast du gesagt? Das da ist ja wohl behindert. Was soll ich sagen, mein Ducken ist auf Backspace. Mein Ducken, ein, aus, auf, zieh. Oh. Mein Ducken ist ja auf Alt, und mein Ducken, ein, aus, ist auf, was der L.A.G. Okay. Auf Steuerung. Und jetzt geht's weiter? Ja. Ich glaub, da ärgert sich jemand. Killst du mich jetzt zwar nur noch mit der M9? Ja, ich hab keine Munizierung mehr für die M4A1. Und du hast nicht irgendwie vor, äh, ne, wie schaffst du das eigentlich, mich mit der M9 noch zu killen? In dem ich grad einen Service darf, mit meiner M9 gepackt habe. Was? Ein Name ist das Reboon, ich hab wieder 200 Kilo bekommen, ey, diese Runde gefällt mir sehr. Ja. Wie viel brauchst du, ich glaub, 100 oder 200? 100 Kills mit der M9, oh, ich find' sehr stolz auch nicht. Ich hab' eigentlich, ich mein' jetzt allgemein, für die Dings. Für die was? Für den Server gewinnt. Ich weiß nicht, da war es ein 7.50 Ticker. Aber wir werden unsere Aufnahme auch bald beenden, weißt uns. Ja, sonst tödlich dich noch. Ja? Das können wir sagen, wenn ich 5 Tote hab, würde mir die Aufnahme beenden. Alter, das wird jetzt dann nie was. Wo bist du, wo bist du? So, Junge. Das nächste Mal tödest du mich bestimmt, weil ich hab' nur vom Schuss. Ah, ich glaub' du kriegst mich das nächste Mal auch noch. Ich kenne mich. Nein, nein, ich brauch' gut 10 Schuss. Außer ich messer dich. Verdammt, der fängt doch an mich zu messern. Alter, wo bist du? Ich hab' dich hier lang gegen gesehen. Ich gönne meinem Jungen-Rapper ne Pause. Komm weg! Dankeschön! Endlich, ich hab' neue Munition. Ich hab' jetzt grad' 700 Punkte bekommen, weil ich dich getötet hab' Ey, das ist doch cool. Come back! Nemesis! Rächer! Haupttreffer! Gegner eliminiert! Also, ich werde das wieder mit einem Scharfschützen wieder spielen. Aber dann aus Freundlichkeit halber würde ich eine andere Waffe als Secondary nehmen. Keine G-18er. Squad Munition nehm' ich mal noch mal mit. Funkfeuer, ja, lassen wir mal. So! Bäää! Nein, es war keine Mahlzeit. Was? Flachland, verdammt! Du bist eklig. Bei 22.000 Punkte krieg' ich die M14. Die M416. Ich hab' 11.000. 50% hast du? Ja. Hab' ich mir auch grad' gedacht. Nein, doch, es sind genau 50%. Geil. Da lala, ich glaub', wenn du mich suchst, ich bin in den Kanälen. Wo sind die Kanäle? Ähm, ich mach' einfach in den Containern. Ja gut, okay, die kenn' ich wen's. Aber ich finde dich nicht. Aber ich hör' dein hässliches Born-Break- oder Bewegungsmelder-Gescheiß-Dreck. Es kommt auch an, wo du bist. Bist du oben an den Kanälen und dann hörst du den Bewegungsmelder? Mit einem Piepen? Oder bist du? Oder bist du? Ah, okay, gut, gut. Ich hab' ich grad' gesehen, du hast'n Bunny-Haupt gemacht, oder? Das allgemein gehüpft. Ich bin so durch wieder hoch. Allein gute Dinge sind 3, okay, 3 Waut wieder verkackt. Ey! Ich könnte auch mal in das Born-Break reingehen und versuchen, um Kram zu kommen. Da würde ich den Herrn Liegen Dominik noch mehr ärgern. Hörst du auf! Du kleiner Drecksack! Wie eblich! Wo?! Scheiße, jetzt muss ich ja wirklich noch den Standpunkt wechseln! Ja, du darfst auch mal rennen! Ich muss wohl sagen, er hat sich grad sehr toffer geschlagen. Ne, würde er besser treffen, wäre ich jetzt tot! Wobei ich schon wieder 100% live habe, ich versteh' nicht warum. Ach, stimmt, da vorne irgendwo ist ein Medikid. Warum hast du grad geschossen? Du sagst, du hast meine... Oh, Spawn-Break! Ich wollte mit dem Fallschirm reinkommen, das nächste Mal. Oh, ich, äh... Ich bin Kriegsverräter! Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, gerade weil der liebe Herr Dominik war out aus dem Gebiet feige Flucht vom Kampf. Hier so... Ja, feige Flucht vom Kampf, keine Ahnung. War nun Kriegsverräter! Nein, ich wollte... Ich hab deine Spawn-Break zerstört. Bin dann gerade ausgelaufen, da war ich grad, ähm... Nicht mehr im Kampfgeschehen, da bin ich wieder zurückgelaufen, aber... Da haben sie mich schon erschossen. Das ist denn nicht fail? Oh, fuck! Okay. Nein, nicht erst die Waffe. Gucken wir mal, wie er sich anstellt. Bin mal gespannt. Ja, eine schöne Kombination. Guck ich mal, ob ich ihn hier mit bekomme. Ja, kriegst du. Nein, damit wollte ich nicht bekommen. Ich wollte eigentlich was anderes bekommen. Toll! Ich wollte einfach nur ne Waffe ausprobieren von dir. Guck mal, was passiert. Ich sterbe, bevor ich's ausprobieren kann. Fuck! 2, 2, 1. Sch**e. Dach vorne ist deine Munition! Alter, ich krieg Para, ich hör mich selbst rennen. Und ich hör dich rennen. Also, per Videobeweis kann ich nicht sagen, dass ich gerade nicht gerannt bin. Alter, dann back das Spiel, Alter. Ich krieg Paras. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Bam! Ich mag diese Waffe. Dein Mord! Ich war doch schon lange tot. Du bist nicht zufällig Sunny oder so. Warum? Wiederbeleben. Und dann geht das beim Gegner gar nicht. Ich kann kein Gegner wiederbeleben. Oh. Das wäre mal voll witzig gewesen. Wiederbeleben töten. Wiederbeleben töten. C4 angebracht. Bum! Bum! Ich bin nicht hoch! Wie geil ist das? Ich mag C4. Ich mag C4 ohne Ende. Ja, ich bin aber schon von dran vorbeigelaufen. Ich bin, glaube ich, durch die Druckwelle gestorben. Ich bringe ein wenig C4 an. Ich sage jetzt nicht dazu, dass es eine sehr tränische Masche, was ich hier gerade abzielt. Also, ähm, die Feind in die Kanäle in einen Hinterhalt von C4-Lauf lenken. Und, oh. Der Junge hat aufgehört zu spielen und das in Battlefield abgekackt. Mein Battlefield ist abgekackt und ich mache es jetzt nicht wieder an. Ich bin beleidigt. Okay, meine Freunde, dann würde ich jetzt behaupten, diese Runde, ja, als erstes Let's Play von, ähm, Battlefield ist hiermit beendet. Ich freue mich schnell auf die nächsten und bis dann. Tschüss. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank.